Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe einige Hemmungen jetzt hier zu reden, wenn hier die europäischen Sozialdemokraten stehend zuhören müssen. Wir sind ja noch unter dem Eindruck dieser Freunde aus dem europäischen Ausland, und ich kann nur sagen, was wir da gehört haben, hat uns gut getan. Und vielleicht sind unsere Gäste auch ein bisschen zu höflich, um über das zu reden, was im Augenblick uns umtreibt, nämlich, dass es in Europa nicht besonders gut aussieht, und dass das möglicherweise auch mit dem Land zu tun hat, das gelegentlich genannt wird als eines der Führenden, das Europa führen kann, soll oder sogar will. Vielleicht deshalb am Schluss noch ein kleines Tröpfchen Selbstkritik. Dieses Europa läuft ja nicht erst seit gestern ein bisschen neben dem Geleise. Und es ist ja auch nicht so, dass unsere Regierung die Solidarität einfordert in der Flüchtlingsfrage, die wir immer selbst getätigt haben. Ich entsinne mich, dass in den ganzen letzten Jahren, wenn es um Europa ging, nicht das Thema Solidarität auf der Tagesordnung stand, sondern auch das Thema Wettbewerb, Wettbewerbsfähigkeit. Ich habe mich immer gewundert, wie man glauben kann, dass man über das Thema Wettbewerb einen Kontinent zusammenführen kann. Wettbewerb ist manchmal nötig in der Wirtschaft, sogar hilfreich, aber Wettbewerb trennt. Wettbewerb trennt in Gewinner und Verlierer. Und das haben wir in Europa auch. Und vielleicht werden wir in ein paar Jahren, wenn der marktradikale Spuk vielleicht endlich vorbei ist, begreifen, dass der Versuch, Europa über den Wettbewerb zu schaffen, eine Schnapsidee gewesen ist. Eine Gemeinschaft wächst nur zusammen, wenn die Einzelnen füreinander einstehen. Und das nennt man dann Solidarität. Und wer die Marktradikalen in den letzten Jahren gehört hat, für den war Solidarität ja etwas für unrealistische, heuchlerische Gutmenschen, aber nicht für eine politische Richtlinie. Und deshalb zum Schluss, auch wir in Deutschland haben eine ganze Menge vor uns, wenn dieses Europa wieder in Gang kommen soll. Und zwar, wir müssen uns fragen, was haben wir eigentlich an Führung versäumt. Wer führen will, kann nicht immer die eigenen Interessen in den Vordergrund stellen, sondern er muss die der Gesamtheit in den Vordergrund stellen. Und man kann nicht Europapolitik machen, Europa führen wollen und dabei im Hintergrund immer nur an bestimmte deutsche Wähler denken, wie die wohl reagieren werden. Und ich kann mir vorstellen, dass das, was ich jetzt gesagt habe, nur noch eine ganz kleine Prise Salz ist. Wir haben jetzt eine ganze Menge Motivation bekommen für das, was wir zu tun haben. Vielleicht als deutsche Sozialdemokraten auch die Motivation, im eigenen Land einiges zu ändern. Dankeschön.